so freunde willkommen zum review des krieges seven days hunting gegen syndicat das ist eine top russische allianz ich würde sagen die zweitstärkste nach aggressive und ja ich war zum falschen zeitpunkt am falschen ort waren wieder die stärksten gegner da als es irgendwie so ein kleines hintergrundgeräusch geben sollte ich habe genau vor mir einen kleinen ventilator der mir so ein bisschen entgegen pustet weil wenn ich den großen habe der steht immer an der seite und der pustet mir immer ins ohr rein weil da habe ich auch schon einmal gemerkt jetzt solltest du denn eigentlich ausmachen weil sonst holst du da was deswegen falls er irgendwie so ein kleines rauschen vielleicht so im hintergrund zu hören sein sollte das ist der ja also möge es mir für dieses video einmal verzeihen weil es ist wieder 30 grad so wir fangen einfach mal an mit diesem wunderbaren angriff das ist der erste und da sieht man wir haben geführt aber wir lagen flaggentechnisch halt hinten so und dann kam natürlich ja es war ein schicker gegner muss mal jetzt irgendwie gucken dass wir damit mit mono durchkommen ja die auch an und zuge natürlich sowas das willst du eigentlich gar nicht haben aber naja die lese ist halt erstmal möglichst tote steine wegzukriegen dass man viel von seiner farbe hat und dann vielleicht irgendwie gucken dass man da was schickes mit anstellen kann aber das problem ist halt nur halt so lange brauchst um was schickes zu machen dass dann da halt schon zwei minions irgendwie sind bei jedem ist halt nicht so geil oder waren wir jetzt zum beispiel schon mal an sondern gehen natürlich auf die seite weil zitrus holz kriegen wir eh nicht weg weil er den schaden so ein bisschen damit halt deswegen war mein primäres ziel tatsächlich erstmal schimmer schuppe da hinten wegzukriegen hätte ich jetzt ansatzweise ein gelben stein unter die auch an gehabt dann hätte ich das gewagt aber ich war mir sicher leo kann die auch an nicht killen und dann lebt am ende schimmer schuppe und die auch an auch weil sie es überlebt also dachte ich mir hauen wir einen weg und danach gucken wir weiter aber wir hatten ja auch noch den mega minion den hatte ich zu dem zeitpunkt tatsächlich vergessen der hat schon mal auf die auch an da gefeuert und zitrus holz ist jetzt auch kein problem da er wird natürlich zum problem wenn du wenn alle mana haben und er feuert dann zerstört er den komplettes mono team wenn aber wenn du deine steine nicht hast so wie ich mit einem gelben jetzt dann macht er halt nix und vorher hat er halt nur auf einen da habe ich jetzt einfach mal gepokert dass vivika nicht getroffen wird weil zugelöst ja aus ich wollte damit halt den den feind wegheilen einigermaßen der blödsinnig gewesen ist vorher zu machen und dann den feind zu kassieren ja vom prinzip her sieht es nicht schlecht aus ja das große problem ist halt dass wir jetzt wieder ein null anfangen was die steine angeht der mega minion trifft wenigstens da die auch an das ist ja alles soweit ganz gut das war natürlich schön ja der mega minion killt dann die auch an so und jetzt sah es eigentlich ganz gut aus es war halt gefühlt jetzt irgendwie nur eine frage der zeit mana war jetzt doch nervig und wo man halt aufpassen musste ist halt zitrus holz ne und da nicht unbedingt eine kaskade provoziert während er weil wenn alle voll sind und das ist halt auch schön durch den tanz von christine kann sich der gegenschlag nicht setzen obwohl zuge den minion macht ne das war war ganz spannend ja jetzt sind wir halt wieder an dem punkt wir brauchen steine konnten einmal unser special machen man sieht aber halt auch ne ansatzweise das reicht so gar nicht für zuge ne also die haben so viel lebenspunkte dass sie da brutal ähm was abkönnen hab ich das gerade richtig gesehen ne doch nicht vivika war noch nicht an ok alles klar vorteil ist wieder der mega minion ist on fire ne das heißt da kriegen wir immer schön liefern wir immer einen schönen hit mit aber siehst halt auch wie problematisch einfach dieser gegenschlag feind ist ne weil dieser gegenschlag minion feind wäre ja bei uns der minion ist einfach wie brutal kacke und nervig der ist und dann kann halt der langsame zuge wieder auslösen aber ich wusste halt ich kann danach gelb spielen ja also blau in gelb und dann habe ich halt meine hitter wieder an und dann müssen wir halt da wieder in den sauren apfel beißen und da drauf feuern aber dann könnte man zuge killen minion kommen natürlich noch dazu das war natürlich blöd und dann natürlich erstmal in citrus holz rein ist klar ja und weil was soll das schon großartig machen das war das blödeste was er machen konnte mit dem mega minion wegnehmen da ist keine zusätzlichen hits jetzt erstmal siehst halt auch wie häufig einfach mena auslösen ne aber man sieht sie gut aus auch wenn jetzt lazara tot ist aber lazara sowieso irgendwie gefühlt immer war er mit dabei wenn wenn mena ausgelöst hat so jetzt kriegen wir die letzten feinde weg und dann war lemon auch tot ja dann kannst du dir jetzt denken dass wir das tatsächlich dann schaffen ja so einer der schwersten gegner wurde gemohnot sozusagen also gut gemacht er ist der angriff in 50 punkte so nächster dude ja war ein bisschen einfacher weil da waren auch ein paar hardhors dabei ne ähm habe ich mir immer mal wieder gedacht ja gönst du dir auch mal eine hardhors zwischendurch so das starke lila team ähm hat performt irgendwie so ein bisschen durchschnittlich ja entweder hat es halt pech und es kommt gar nichts nach an steinen sodass man dann gnadenlos verliert oder es gewinnt halt gnadenlos ist halt immer so ein bisschen problematisch so warum habe ich diesen move gemacht wir hatten ja theoretisch hier das lila match aber ich hatte halt sonst nichts anderes ne also hier hätte ich hier oben nichts machen können und diese ich wusste dass dieser move mir halt auch safe ein lila match bringt und hier unten hätte halt was nachkommen können also Arthur hat sowieso ausgelöst also auch möglichst viele steine irgendwie bewegen wenn wenn man sie eh schon nicht verhindern kann ne dann haben wir halt das nächste lila match hier mit den roten in lila dass sie da ihre immunität macht ist ja prinzipiell nicht schlimm weil wir können das ja mit äh äh den elfen können wir es ja klauen so das ist jetzt nicht unbedingt das größte problem das match hier das gelbe damit wir danach ein grünes haben wollte ich nicht machen weil guck hier meine sind alle voll und dann würde Zitrusholz auslösen kennt das problem ne da haben wir es tatsächlich geschafft dass er nicht auslöst während wir voll volles mana haben und das war natürlich erstmal sehr gut selbst der mana boost von Hathor konnte da nichts dran ändern so boni klauen elementarer defense da und drauf mit dem wachstum schon und jetzt demilynn 2 mit wachstum in Altator raus so jetzt konnten wir die grünen spielen dann haben wir unsere grünen an bei meinem glück ist es ja so dass dann Zitrusholz auf die grünen geht deswegen habe ich so ein bisschen nach einer alternative gesucht ja und ging natürlich nach hinten los also völlig ne dieses geghostete match das muss halt nicht da sein hat aber den ganzen plan irgendwie zunichte gemacht und ich war halt erstmal am Arsch weil dann kam Mena und wir hatten dann auch noch Gungtus der da rumlungert ne also das war wieder das worst case was irgendwie in irgendeiner Art und Weise passieren konnte Glück hatten wir jetzt da dass es auf die volle rechte Seite geht ne aber Fungu wieder kann ich heilen den ausmachen ne das der ähm pustet mir zu viel ins Auge wird direkt wärmer ey ha 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 direkt direkt die die schwüle wieder rein ey so es kommt auch noch K.O.K.O. und wir konnten halt nicht heilen ne das ist halt blöd muss halt der Panther ist down auf jeden Fall wir konnten uns noch einigermaßen retten der Vorteil ist dass wir das Wachstum haben das heißt wir machen da guten Schaden er hat fast 2000 Schaden gemacht und gefühlt war es nur der Minion der weg war ne das ist halt brutal dann muss ich mir vorstellen selbst ein K.O.K.O. ein langsamer Held außen ne der dann wenn er ein Gefühl einmal auslöst extrem Probleme macht ja und zu dem Zeitpunkt war dann halt klar okay das werden wir gewinnen da können wir jetzt ein bisschen vorspulen vielleicht muss er da im Endeffekt die Steine organisieren ne aber das haben wir geschafft an der Stelle da habe ich dann nochmal geguckt wie sieht das aus weil wenn er diesen Schleimenpilz da hat dann klont er sicher ne deswegen habe ich die eine Runde gewartet und ihn dann gekillt also 2 von 2 waren auch 53 Punkte so nächster Angriff Monogrün ja die auch an ich musste ich hatte kein Geld mehr ne also mussten wir halt andere Monofarbe in Angriff nehmen es waren halt nur solche Gegner da und man siehe das sieht nicht gut aus hier grüne verteilt dass du sie nicht matchen kannst du wirst nicht auf Anhieb ich hätte jetzt hier das hier spielen können ne dann hätte ich ein grünes Match gehabt aber damit wäre halt auch nichts zu retten gewesen ja ich brauchte Bewegung und ähm das hieß halt äh viel Steine weg machen und dann haben wir einen gelben Diamanten gelben Diamanten machen wir so was kommt nach so jetzt haben wir ein grünes Match die Auchan hat aber schon zweimal ausgelöst hat jetzt also die in der Mitte haben ein Schild jetzt von 3000 Lebenspunkten hab ich mir gedacht dann kannst du auch in Citrus feuern weil du hast ja eh nix so ok so was haben wir jetzt wir haben unter Citrus Holz und unter Die Auchan Mena Schimmerschuppe Match ansonsten auch erstmal wieder nichts da gucken wir erstmal dass wir noch mehr gelben irgendwie äh mehr grün irgendwie kriegen aber du siehst halt na jetzt kommt Schimmerschuppe dahinten Pfefferflamme kommt gleich jetzt war ich schon gezwungen dahin zu spielen und dann kommt natürlich noch ein rotes 3er Match hinterher jetzt ist er natürlich auch schon wieder voll so das heißt selbst wenn ich jetzt ein weiteres Match mache läuft nicht ja dann knallt er mir alle raus also musste ich ihn jetzt absichtlich triggern so und dann ist halt Problem der Rest Mena kommt Pfefferflamme kommen Die Auchan löst wieder aus halt ist halt ein klassischer Monofail ja also das ist so halt der Klassiker das Risiko wenn du halt Mono gehst dass du halt deine Steine nicht bekommst und ähm dann machst du halt eine solide Null ja das äh das Risiko das Risiko kennt man aber seien wir mal ehrlich auch wenn ich jetzt äh irgendein anderes Team mit grüner Beteiligung gehabt hätte hätte ich das auch nicht gewonnen ja also von daher ich hatte ja zwei grüne Teams noch das heißt die Wahrscheinlichkeit dass ich da ein grünes Team genommen hätte war sehr hoch das hätte ich ja nicht grün Mono gespielt also der Plan war schon grün mitzunehmen entweder 3 2 4 1 oder Mono und ähm so oder so hätte ich das einfach nicht gewonnen weil zu wenig grün ganz einfach so und dann habe ich mir gedacht gut war ja schön machen wir jetzt mit Rot Mono wenn es funktioniert dann rappelt das im Karton extra auch Aradia mitgenommen wegen ähm Leben reduzieren ne und das war natürlich hier sehr geil roter Diamant so aber was jetzt wiederum nicht geil war war der so viel dass sie halt auslöst deine Kaskade hätte nicht unbedingt sein müssen aber gut okay es ist wie es ist mal Leben reduzieren das macht halt kein Schaden ne das ist halt wirklich brutal so und hier habe ich jetzt überlegt was mache ich jetzt wenn ich jetzt Majana auf die ja auch an Feuer ja dann überschreibt sich der Brandschaden dann kriegt sie nur noch ein Furz an Brandschaden dann tötet sie nicht Mena könnte ich höchstwahrscheinlich killen weil dann habe ich immer noch sie als Problem eine andere Sache ist ich habe gerade den Diamanten gezündet folglich habe ich halt kaum rote Steine auf dem Board das heißt es ist auch nicht gut und dann habe ich mich dazu entschlossen erstmal ein zwei Züge nichts zu machen und diesen Brandschaden tickern zu lassen natürlich versuchen dass wir die auch nicht triggern noch mit rot konnte ich gar nicht arbeiten ja also das Board war ein Tod und dann siehst du halt auch es ist zwar schön wenn du einen Diamanten hast und dann auch noch ein paar Steine aber gegen diese defensiven wenn dann nichts weiter nachkommt dann ist das sehr schwer so und da hatten wir jetzt noch ein rotes Match jetzt habe ich mir gedacht jetzt muss ich es machen so war geschafft Kau Kau auch einen dicken Batzen abgekriegt das ist halt immer die Kacke diese Minions ja haben wir jetzt da haben wir ihn da nochmal so ein bisschen bewahrt vor aber guck mal was da an Steinen nachkommt wie viel und was war der Ertrag jetzt ein roter Stein dadurch als nicht so einfach und wenn man jetzt mal wieder guckt Mana mäßig unser Freund da hinten der Citrus Holz löst jetzt auch gleich aus und alle haben einigermaßen volles Mana das heißt da konnte ich jetzt auch erstmal nichts machen ich konnte jetzt nicht irgendwie irgendwie ein Match machen und hoffen dass da dass da ein rotes Match kommt weil ja gut in dem Fall jetzt noch aber in der nächsten Runde halt nicht mehr dann kommt er natürlich noch jetzt gibt es den Gegenschlag so Heila ist down jetzt musste ich halt wieder einen toten Move machen so und jetzt habe ich halt gesehen okay Aradia auch down das heißt die die jetzt am meisten Mana haben sind jetzt natürlich auch noch übrig ja genau ich habe zwei Minions drauf ich habe einen Feind drauf ich habe keine Heilung groß Mahlzeit groß Mahlzeit kannst du nicht gewinnen keine Chance das ist halt und dann kriegt Mariana beide ab und wird natürlich dann auch reduziert das ist halt dann auch wieder so ein so ein Ding ja und dann ist halt Game Over das heißt selbst wenn du Mono Diamanten hast heißt das nicht dass du das gegen diese Defensiven so easy gewinnen kannst da muss kontinuierlich nachkommen auch wenn du 3-2-4-1 oder Mono spielst es muss kontinuierlich vorankommen weil du kannst wirklich nur so eine Konstellation bauen dass du die auch sehr stark damaged oder halt auch killst wenn du halt wirklich ein Mono Team hast mit den allerneuesten Helden da ist selbst eine Mariana mit dem elementaren Defense Down und eine Aradia und sowas die sind viel zu schwach da müssten wirklich jetzt so 3 3 Thun Marianas mit Hammerklang oder sowas dann könntest du 1 bis 1,5 raus hauen ja wer das hat wird wahrscheinlich auch nicht Mono spielen ne so dann ja clean gegen den gleichen Kandidaten Dallas ja ich hab nicht nach einem clean gefragt weil das ist halt immer noch ein brutal starker Gegner deswegen auch Galapago dabei ja falls jetzt da was kommt mit Zuge und mit Kaokao primär erstmal versucht da in der Mitte irgendwie zu ghosten ging natürlich immer wieder nicht ja Plan war's aber ja schön wenn Pläne immer aufgehen und da war das Ziel erstmal Kaokao weg zu hauen ich hab gesehen der hat Spezialfähigkeit also Spezialrüstung aber Heilung brauchte ich nicht deswegen wollte ich gucken dass ich Milena auf die zweite Stufe kriege ja ohne Entfernung und Damage ähm er sieht aber nicht so gut aktuell aus zum Glück beide auf Magni und jetzt musste ich halt überlegen entweder ich feuere jetzt Milena oder ähm ich sag einfach okay no risk no fun dann wir haben ja auch noch Galapagongela die ja auch beide volles Mana haben und da war ich zu schnell dieser diesen Move hätte ich mir gerade sparen können ja da habe ich mich auch geärgert tatsächlich weil Milena kann ja Mana geben so und das Problem ist das macht sie so selten bei mir dass ich in dem Moment gar nicht dran gedacht habe sonst hätte man halt Galapago feuern können mein Glück jetzt dass äh Citrus Holz ihn nicht getroffen hat und Mena auch nicht sodass wir dann die Minions da weg machen konnten aber vom Prinzip her ähm kleiner Spielfehler und da ist tatsächlich der Zuge Leon hinten gleich am Start ne das ist Wahnsinn und dann aber auch auslösen weil der Minion von der untoten Horde ihn getriggert hat hat ne Schweinerei jetzt hat er natürlich zwei Minions das heißt ich brauche zwei zwei Sniper für Citrus Holz und er lebt halt immer noch das ist halt auch irgendwie irgendwo wieder Blödsinn ne ich hätte jetzt auch Milena nicht feuern müssen dann hätten wir sie in der zweiten Aufladung gehabt aber ich will halt auch weg von den Flaggfeinden kommen ne das war halt auch so das Ding deswegen habe ich da die Heiler immer gefeuert ja und dann können wir den Klin hier eigentlich abschließen weil das sind jetzt fünf gegen eins das kann selbst Zuge Liang nicht gewinnen ja da haben wir mit Galapagou gewartet weil wir sehen haben dass die untote Horde kommt wir sehen Galapagou hä Galapagou konnte nicht mal die untote Horde killen ja Tatsache was für ein Blödsinn der müsste doch eigentlich ähm die Minion so komplett weg machen bei Mega Minions macht er nur die Hälfte im untote Horde Minion hätte er den nicht eigentlich komplett weg machen müssen ja haben sie ja gewonnen ja also auch die hier clean aber ähm gefährlich kann man nicht definitiv nicht unterschätzen oder sollte man nicht 35 Punkte so letzter Angriff das heißt wir hatten Nuller Fail jetzt ein Clean und mussten jetzt nochmal mit Mono ran weil die Gegner sind halt die gleichen geblieben so und dann äh wieder ein Problem jo erstmal nicht viel da da hab ich dann das Match gesehen war aber halt auch viel Bewegung und sie ist halt direkt an nehm ok so Problem was wir jetzt wieder haben wir haben unsere Helden nicht an und wir haben drei Lila ne das heißt wir müssen Bordbewegung schaffen das wiederum birgt die Gefahr dass wir Citrus Holz triggern und irgendjemand anderen was nicht geil ist so ich weiß dieses Lila Team ist nicht das Beste ja das ist mir wohl wohl bewusst aber zu dem Zeitpunkt hatte ich nichts Vernünftiges mehr was ich gegen diese Gegner hätte machen können das heißt Mono war der einzige Weg und ähm ja entweder Hopp oder Top ne Problem Schimmerschuppe löst jetzt aus kriegt natürlich auch noch den den Minion vorher hätte er jetzt das hat jetzt nichts daran geändert aber bevor sich mein Minion oder mein Feind duplizieren kann wird er halt jetzt vom Mega Minion überschrieben die auch an halt wieder Schimmerschuppe hoch und dann sind wir wieder bei dem gleichen Dilemma was wir sowieso schon haben ich meine guck dir an der Feind der war ja gut ja also dieses Hochheilen war jetzt nicht der Fall aber dieses Umwandeln in den Mega Minion den dann Aramis nicht killen kann so und der Panther kriegt 1600 Mega Minion Schaden herzlichen Dank so jetzt haben wir wieder einen feuern können aber Board wieder down sodass wir jetzt erstmal wieder brauchen bis wir ein Match haben das Diohan bestimmt mindestens einmal auslöst so Arthur kommt jetzt auch was heißt dieser ganze Spaß geht jetzt noch ins Überleben rein ja wenn wir uns da versuchen irgendwie durch die Minions zu kämpfen dann kommt er und haut schon mal den Panther raus sondern siehst du halt auch schon das wird auch nicht wirklich erfolgreich werden ne also unabhängig davon dass das jetzt ähm nicht 1a Ware ist was was in Lila was man aufstellen könnte sollte aber auch unabhängig davon weiß ich nicht wie ein anderes Monoteam in Lila das gemacht hätte ja Tode Stiefel und Umbria die killen keinen mehr ne das ist das ist klar aber ähm ja es ist halt sehr viel Off-Color was da reinkommt so und dann Hathor die ja auch an wir haben drei Minions da drauf Mena löst aus ähm war halt klar wir durften Schimmerschuppe weg machen und das war's ja dabei bleibt's halt selbst Citrus Holz da hinten ist halt wieder komplett on fire äh löst gleich aus unsere Helden sind voll weil wir kriegen ja sonst irgendwie kein Mana so da hat dieser eine jetzt auch bedingt nur was dran geändert zumal dann auch noch geklaut wird also wusste ich halt zu dem Zeitpunkt okay Citrus Holz feuert jetzt und dann sind wir erlöst in dem Fall und das jetzt noch ein bisschen weiter hier skizzieren aber da kommt halt auch nichts mehr ja Mono sollte sollte nicht sein in diesem Fall also habe ich kein Glück mit gehabt in diesem Krieg es lief auch schon mal deutlich besser mit Mono aber ne ja naja und dann bin ich da halt rausgegangen ich habe tatsächlich am Ende nicht meine Punkte gezählt aber es müssten sowas irgendwie ich hatte One Shot, One Shot, Nuller von 100 Punkte mit den beiden One Shots der Nuller müssten so um die 160 Punkte gewesen sein oder sowas also nicht wirklich relevant gut und dann kam es natürlich dann unweigerlich zu dem Ergebnis das wir verloren haben mit 500 Punkten gegen eine Allianz wo ich eigentlich von vornherein auch schon sicher war dass wir das nicht unbedingt schaffen werden weil die sind die Russen sind prinzipiell immer sehr stark in der in ihrer Offensive ja da können die können die echt extrem gut immer irgendwie ähm mit allen Sachen umgehen und ähm ich kann ja mal sagen der Dank dafür dass wir gegen die verloren haben wir kämpfen jetzt morgen im Livestream dann um 11 Uhr gegen Gypsy Danger also die Belohnung dass wir gegen eine andere Top 10 Allianz verloren haben ist das Match gegen die Top 1 und das liegt daran dass wir trotz Niederlage den dritthöchsten einen Warscore haben im Spiel und nur Gypsy und Aggressive höher sind wenn sie voll sind ähm und da die im letzten Duell aufeinander getroffen sind wo Gypsy gewonnen hat sind wir jetzt dran also nächster Krieg wird auch eine Niederlage und wahrscheinlich auch äh ein bisschen höher werden ja gut ist halt schön wenn du vorher weißt wie es ausgeht ja ist halt nur die Frage wie hoch du verlierst ähm können wir also ganz entspannt rangehen was wir aber auf jeden Fall wissen werden ist dass wir die ja auch an Zunge K.O.K.O. und sowas alles äh von Mast sehen werden also ist egal ob ich für den Flip da bin oder mir die Ziele aussuchen kann die werden eh alle größtenteils identisch sein von daher ähm gehen wir da ganz entspannt ran und schauen einfach mal was da so kommt ja ist jetzt diesmal ein bisschen später geworden mit dem Krieg ja es tut mir leid aber es waren halt es ist A wenig Zeit oder weniger Zeit und B war es halt auch wieder viel also es ist ja jetzt nicht so dass ich nichts irgendwie hochgeladen habe oder so also ne ähm mal gucken nächste Woche versuche ich ein bisschen früher den Krieg zu bringen ok gut das war es jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen und congrats to the win Syndicate see you next time wir sehen uns auch next time also macht's gut ciao ciao so 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 so